Vor dem Schrank ein perfekt ausgerüsteter Mitarbeiter. NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Unterarmschutz, Helm mit Gesichtsschutz, Baumwollhemd, Arbeitsanzug nach DIN 66083 mit mindestens 35% Baumwollanteil, eng anliegend. Und unten Gummimatte, Schutzschuhe. Wie gesagt, perfekt ausgerüstet von Kopf bis Fuß. Wie wirkt auf ihn ein Lichtbogen? Stromstärke 5.000 bis 6.000 Ampere. Temperatur im Lichtbogen 8.000 Grad Celsius. Und was ist mit ihm geschehen? Gesichtsschutz und Helm haben zuverlässig geschützt. Kopf, Haar, Hals sind okay. Hände heil. Die Arbeitskleidung hat den Körper vor Brandverletzungen bewahrt. Hände heil. Poh, Haar, Hals sind ja heil. Hände heil. Hände heil.